Hallo, ich bin der Maxi und mache eine Ausbildung bei der BSH. Die BSH ist ein internationales Unternehmen, das Hausgeräte herstellt. Im ersten Lehrjahr als Industriemechaniker lernt man alle Grundfertigkeiten. Anschließend kommt man in die verschiedensten Abteilungen. Zudem habe ich vielseitige Aufgaben, wie zum Beispiel das Arbeiten in unserer CNC-Frasemaschine, dem 3D-Drucker oder dem Roboter. Ich habe mich für die BSH entschieden, da man gute Arbeitszeiten, kompetente Ausbilder und eine super Bezahlung hat. Wenn auch du die Hausgeräte der Zukunft mitgestalten möchtest, informiere dich jetzt.